Min, jetzt! Das Bild und der Ton ist irgendwie ein bisschen sehr versetzt, glaube ich. Okay, jetzt geht's scheinbar wieder. Aber das war wirklich einfach nur so und das sah gerade noch ein bisschen weird aus. Aber komm, du schaffst das! Du kannst das tun. Öffne deine Augen. Ich bin sorry. Just keep running, Min. I can't run alone. You'll never run alone, Min. We're a team. When you run, we run. Who are we? Team Eleven! And what are you? Ich bin Team Eleven! Und einfach so bricht Min durch die Mauer, die als undurchdringbar galt. Wirklich, hat Juno nicht beim letzten Mal sogar gesagt, dass sie nicht undurchdringbar ist? Genau, gute Arbeit, Team. Um, so what now? We follow the coordinates Aria left us and stop the apocalypse. Gonna look great on my resume. I'm in. Let's do this. But first, let's just celebrate tonight. Yuna, don't you have a happier song? Like a song that doesn't remind me of saying goodbye? This is a bit of a sad song, isn't it? Okay, how about this one? It's called, I Promise We'll Meet Again. It's beautiful, Yuna. Where's Min, by the way? Somebody should go get her. I... wouldn't know what to say. Me neither. Um... Uh... Dann gehe ich halt. Dann gehe ich halt. When we hit the wall, I think I saw them. My friends. I thought they'd be angry. Disappointed. But they weren't. They were as supportive as ever. Because of course they would be. I... I'm going to miss them. If I run, they run. My Team Eleven hat. Thanks. Lol, der Name steht jetzt sogar noch am Zug oben drauf. No, I made that while you guys were at the wall. It's our Team Name. Which, now that I think about it, you're a part of it. It's a bit late, but... Welcome to the Team. Thanks, guys. But... I don't know if I'm ready. Look. Your previous team was probably amazing. But did they have a train? Hmm? Or a super serious researcher? Or a pop star? Min... You're a wonderful person. And what about you? What are you? You saved me, Coach. For a moment, you forget all your problems with fire. Min, although she wasn't aware of it, was she wanted or not a life-long member of Fighters. ... ... ... ... ... Gott sei Dank konnte ich nicht diesen Namen wählen. Was wollte ich dann eben? Die dramatischen drei, ne? Weil wir da, ja, etwas längere Zeit am Anfang nur zu dritt waren. Aber jetzt sind wir schon zu fünf. Das heißt, das hat überhaupt nicht mehr gepasst. Aber einen Teamnamen für bis zu fünf Leute, der nur aus sieben Buchstaben besteht, ist gar nicht so einfach. Akt vier. Ja. That was the last wall, right? Ja. All we need is to retrieve the stone at the Kafka Lab. Därf für die30 Jahre just about 9變 energie uns zu verbinden- ... Just a little while longer, and we'll be together. It's been so long. I wonder if I'll recognize you. It's okay if you've changed a bit. I've changed, too. But I'm sure when you're back, I just know I'll be my old self again. Ja, ich werde meine alte Selbst sein. Ich werde charme, lustig, besser sein. Ich vermisse dich so viel, Jace. Ich weiß, wer ich bin, wenn ich mit dir bin. Ich liebe dich. Und ich kann nicht erwarten, dich zu sehen. Es wird funktioniert, nicht wahr? Success ist statistisch wahrscheinlich. Likely? Likely? Ich habe Blut auf meine Hände. Waren Sie nicht sicher, dass unsere Aufgabe stattfindet in Death? Ich wusste, okay? Ich bin nicht überrascht. Ich habe... Ich habe einfach nicht gedacht, dass ich die Blut verbrechen würde. Das ist wichtig. Do not think. Focus on the task at hand. Begin the ritual. Oh, are we there yet? I'm tired of this train. We should arrive at the Kafka Lab soon. We'll be able to help you soon, Yunji. What? What is that moving thing on the screen? No way. It's another train. Uh, guys? It's coming closer. Preparing for train interlock. Do something, Sia! What? Um, override. Override. Override not recognized. I tried. Everyone, brace yourselves. Train interlock complete. So much smoother than I expected. Can they invade the train? Yes. Everyone, get ready. Okay, Sir? Ah, for my time your eyes can inspire you. But I'll leave, sorry. We can see you, Dr. Oh, I have to be reached there. Haha, I haven't done that sane. Governor... That's why... It takes us, John. ... raphes can tell me too. Wait, you're real? Na, sieh ich schon. Oh Gott, jetzt wird's Philosophisch. Jetzt wird's ganz philosophisch. Hallo, Johann. Ich bin Sia. Was haben Sie gesagt, wenn Sie erklärt, dass er nicht real war? Hast du auch noch andere Träume besucht? Ich möchte das auch wissen. Ich träumte nicht über dich. Ich auch. Die einzige Sache, die ich drüben, ist... ...Pohre. Wie leidendlich herausfordernd. Dann erscheint, dass ich dann speziell bin. Komm mit mir. Willkommen in der Philip Express. Es sieht aus wie ein Café. Okay. Ich habe nicht so viel coffee in so lange. Du denkst du sie haben? Capsules sind nicht notwendig für gut coffee. Nein, aber es ist mehr convenient. Convenience ist nicht quality. Es ist auch cool. Inferior quality coffee ist nicht cool. Die Technologie zu machen ist. In dieser Train, wir benutzen coffee grinders und HOT WATER. POURED BY MY OWN HANDS. Oh, okay. Sorry. Ahem. Being a good host is important. You yelled at us because of coffee. Allow me to make it up to you. What do you think? The classic, superior flavor of freshly ground coffee. Can't you taste it? Mmm, it's really good. Mmm, I can really taste the grindiness. Me too. Yes, capsules pale in comparison to real coffee. Have you ever tasted capsule coffee? I don't drink coffee. Tell me everything about what that is. Later. We need to discuss something. What the fuck? More specifically, Aria. A, Aria? What happened to her? Yeah, that's what happens when somebody other than me or Delia touches the totem. She got cursed, but it's not fatal. Don't worry. What? A totem that curses people? Yes. The totem boosts an architect's ability to charge the stone. And the only people who can handle the totem are Delia and I, who gave up a part of our humanity. Unfortunately, Delia has managed to find the totem. And has now begun the totem ritual. Accelerating the rate in which the atmosphere is changing. At this rate, we don't have much time. Fourteen days before Umbra manages to fully charge the stone. Now, listen to me carefully. Delia is unstable and angry. She took your arm, but she'll gladly take more. What's her problem? Tell her, it seems, can't heal all wounds. Sometimes, it just makes it faster. But that's a story for another time. We will arrive at the Kafka Lab soon. The stone should be at the bottom. So, this is the Kafka Lab. How many floors down is that? Fifty floors. How do you know? A friend that transferred here a while back told me. I'm sorry, Sia. Don't be. She went on vacation before all this happened. We should probably prepare for us before going in. Good idea. You do that. I have other things to focus on. You and your team will go back to the train. You and your team will go back to the train. Right? Sure. Yeah. Sorry. I forgot who I was for a second. Yeah. Johan is looking for you. He's probably in his train next to Sias's lab cart. Oh dear. Johans Zugabteil. Wenn du mit Johans sprechen möchtest, musst du Sias Zugabteil passieren. Wollt sowieso zu Sia gehen eigentlich, aber okay. Sollen wir wohl mit ihm sprechen? Dass auch wieder dieser Schmetterling. Der Schmetterling. So müde. Da bin ich wieder. Habe ich doch gesagt? Wo hast du den Schmetterling gefunden? Wo hast du den Schmetterling gefunden? Wo ist es? Interessant. Vielleicht findest du ein Schmetterling. Das macht mich sehr... Nostalzisch. Ich bete wir sind. Es führt uns zu meinen Erinnerungen. Das war das mein Bruder und ich zusammen trainiert. Nach einer Session, alle unsere Argumente fassen. Ich habe das noch nie gedacht. Jetzt, wenn du eine Frage, vielleicht ein Kriminelle, schau dir, dass ich lustig bin. Okay. Was passiert hier? Du schlägst Johann. Alles okay? Ich bin gut. Er ist wirklich weg, nicht wahr? Ich bin gut. Ich brauche ihn. Du transportierst einfach. Es ist nicht dein. Es ist nicht du. Ich meine, ist nicht dein Arm der Grund, warum sie dich lieben? Nein, sie mögen mich für eine ganze Reihe anderer Dinge. Oh verdammt, du hast recht. Ja. Ich sage nicht, dass du sie nicht möchtest. Aber was, wenn du sie nicht möchtest? Du möchtest nicht nur deinen Arm verlieren. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Um einen Begleiter aufzubauen. Huiuiuiuiuiuiui. Okay, ja. Das ist ... Also Yuna und Zia sind natürlich meine Favoriten, was das angeht. Yuna ist schon Rang 5. Zia erst Rang 3. Rang 7 brauchen wir. Bei einer. Bin ich bereit? Ich muss mich wahrscheinlich wieder mit Monstern prügeln. Let's go. Alright, let's go. Und so beginnt eine andere Expedition. Hopefully we won't encounter too many Monsters. Während sie das sagt, finden wir hier Monster. Oh, no. Yes! Ach, fuck. Mann, ich bin doch ausgewichen, fuck. Mehr Schaden machen, ist natürlich auch ganz nice. Okay, das hat da super viel gebracht. Mann, ihre Scheißdrecks Kugeln, Alter. Lass mich doch mal angreifen. So, geh doch mal down jetzt, ey. Ich hab doch, also ich hab doch wirklich, also ganz mal ohne Scheiß, ich hab doch Leertaste gedrückt in dem Moment. Wenn er dann nicht rollt, na dann ist er doch selber schuld. Yes! Yes! Oh mein Gott, das war fucking knapp, Alter. 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 Oh mein Gott, das war fucking knapp. All right, I've managed to calibrate the machine. Careful! Yes! It says we'll be there soon. Yes! Hoffentlich sind wir jetzt wirklich bald da. Yes! Geh mit deinen Instinkten! Yes! Geh mit deinen Instinkten! Yes! Get fucking smoked on. So. Hä? Ach so. Joy Toys. Yo! Da geht's aber sofort rein. Well, we confirmed my theory. Let's hope, people have a fetish for science equipment. Ich hab gar nicht daran gedacht, Kappa. Du und Sia seht euch im Laden um. Ich kann's nicht aufhalten. Ich kann's nicht aufhalten. Oh, die neue Ausgabe. Oh, die neue Ausgabe. Das Haus hat einen Ausgabe von Science-Equipment. Oh, die neue Ausgabe. Oh, die neue Ausgabe. Oh, die neue Ausgabe. Oh, die neue Ausgabe. Let's make the most out of this. Which part of the store is your arm drawing, you two? I'm curious. Hm. 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 I see. Why? Das ist der Shit. Interessant. Let's go home. Okay, wir haben jetzt noch zwölf Tage. Ich denke, wir könnten es schaffen, Juna und Sia beide aufs höhere Level zu bringen. Normalerweise würde ich mich immer für eine entscheiden. Hm. Aber in dem Fall kann ich mich echt nicht entscheiden. Nee, es ist wirklich schwer. Ja, ich mag sie beide gerne. Hm. Wir haben gerade nicht die stabilste Stromverbindung. Kannst du mir selbst in Batterien zu finden? Ja, das geht. Ja. Hm. Achso, ich glaube, die waren hier hinten irgendwo, ne? Waren die nicht in der Reihe hier? Shit, oder doch nicht? Scheiße. Waren die doch nicht im Lagerhaus? Oh, man. Wo waren denn die Batterien? Dann müssen die Batterien ja doch im Convenience Store gewesen sein, oder? Doch, nee, doch. Die waren doch hier. Oh, Gott sei Dank, ey. Soll ich das mal in den Armen verwenden können? Nein. Macht es dir Spaß, geschockt zu werden? Klar. Dein Kaffee ist wirklich gut. Warum ist denn dein ganzes Kaffeezeug so alt? Ich bin nur unsterblich. Unsterblich? Hm. Habe ich das nicht erwähnt? Nein. Jep, und nur eine Espresso-Maschine kann mich sterblich machen. Wirklich? Haha. Nein, ich stehe auf Retro. Hm. Warte, ist deine Unsterblichkeit der Grund für deine komischen Augen? Ja, wir alle haben eine gewisse Menge Lachsenergie in uns. Wenn du davon zu viel auf etwas oder jemanden verwendest, verlierst du einen Teil, der dich zu einem Kind der Lachs macht. Ich habe es übertrieben und die Hälfte meiner Energie verloren. Was mich unsterblich machte. Was passiert, wenn du alles verbrauchst? Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach leer ist. Ob du es willst oder nicht, Lachs ist Energie definiert, wer wir sind. Ich muss los. Es gibt noch einiges, was ich für das Ritual vorbereiten muss. Du Fotex, kommst du später und hilfst mir? Dreizehn Tage und wir müssen sie möglichst sinnvoll planen. Jeder kriegt noch mal ein bisschen was, aber wir sollten auf jeden Fall auch mit einem Charakter mindestens den höchsten Rang erreichen. Wie hat Dahlia geschafft, den Totem nach 800 Jahren zu finden? Verdammt. Es sollte verloren sein. Und was ist mit mir? Am Arsch, Alter! Willst du mich verarschen? Das ist genau das, was mich noch eher beschreibt als ihn. Ja, ich habe auch meinen Sinn für Humor nicht verloren. Ja, bin ich auch. Ich setze mein Leben aufs Spiel. Bitte, du machst das, um Mädchen zu empfehlen. Digger, willst du mich verarschen? Luchs, ganz ehrlich. Das ist nicht unwahr, aber es ist auch nicht komplett wahr. Du, zwei. Du, zwei. Wir werden gut gehen. Hallo. Hallo, Angie. Ich habe gehört, dass du Yuna magst. Und dass du sprechen kannst. Hm. Würdest du jetzt vielleicht etwas sagen? Hm. Du musst bestimmt müde sein. Nun gut, in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten, Leute. Hier geht es im nächsten Part von Eternights weiter. Und dann haben wir noch zwölf Tage zu verbringen. Mein Gott, das ist ordentlich Zeit. Aber wir müssen ja auch viele Beziehungen stärken. Gut. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. adapting Otro Girl Dえー,素ons Creer